So anfällig sich der Abwehr des FC Bayern zuletzt präsentierte, so sicher steht das Ballwerk abseits des Rasens. Wenn es um die beiden aktuell größten Sorgenkinder Manuel Neuer und Arjen Robben geht, lässt sich Trainer Niko Kovac nicht aus der Reserve locken. Mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht sprach Kovac am Freitag lediglich von einer Handverletzung. Laut Bild setzt der Nationalkeeper seit gut einer Woche eine Seitenbandverletzung am rechten Daumen außer Gefecht. Aber wie lange fällt der 32-Jährigen noch aus? Anzeige meistgelesener Artikel 1 Fußball-Bondesliga-Watzke, den lassen wir schmoren. 2 Fußball-Bondesliga-Was will Bayern mit ab? 3 Fußball-International-Koba spielt für 116 Euro im Monat. 4 Fußball-Frauen-Ex-DFB-Spielerin Moor verstorben. 5 S-Sport-NBA. Das neue Super-Team der NBA-Kovac geht bei Neuer kein Risiko ein. Wir gehen kein Risiko ein. Erst wenn Manuel in Absprache mit den Ärzten sein Okay gibt, können wir ihn einsetzen. Vorher werden wir das nicht tun, sagte Kovac. Für das Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag, 18. 30 Uhr im Leifticker, reiche es demnach wahrscheinlich eher nicht, sodass, wie schon in Leverkusen und im DFB-Pokal in Berlin, Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen wird. Während Neuer's langfristigem Ausfall in der Vorsaison war Ulreich nach anfänglichen Wacklern ein verlässlicher Vertreter. In den vergangenen beiden Partien musste der Ex-Stuttgarter allerdings schon fünfmal hinter sich greifen, was auch mit dem allgemein anfälligen Defensivverbund der Bayern zusammenhängt. Bildergalerie FC Bayern, diese individuellen Fehler führten zu Gegentoren. 16 Bilder für die allgemeine Stabilität wäre daher eine baldige Rückkehr des Kapitäns zwischen die Pfosten hilfreich. Rückkehr gegen Augsburg oder Liverpool? Im Hinblick auf das nächste Liga-Spiel beim FC Augsburg am kommenden Freitag und dem Champions League-Kracher in Liverpool am 19. Februar, 21 Uhr im Live-Ticker, müsse man laut Kovac schauen, was passiert. Anzeige, jetzt das Trikot des FC Bayern kaufen, hier geht es zum Shop. Die letzte Entscheidung hat immer der Spieler, betonte Kovac. Wenn der Spieler sagt, er kann, gehen der Trainer und die Ärzte auch davon aus, dass es geht. Wenn der Spieler nicht sein Okay gibt, muss man das als Trainer akzeptieren und respektieren. Comeback von Robben verzögert sich noch größere Rätsel gibt aktuell Robben auf. Am 27. November bestritt er in der Champions League gegen Benfica sein bislang letztes Spiel, und glänzte beim 5 zu 1 mit einem Doppelpack. Kovac erklärt erneute Pause für Robben. Davon ist der 35-Jährige, dessen Zeit bei den Bayern im Sommer nach 10 Jahren endet, momentan weit entfernt. Und Kovac leidet mit ihm. Arjen ist wie ein Seismograph, er fühlt sich nicht gut, sagte Kovac über Robben, der zuletzt immer wieder vorzeitig das Training abbrechen musste. Arjen ist wie ein Seismograph, er spürt sofort etwas. Ob das jetzt der Rücken oder der Oberschenkel ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er noch nicht da ist, was mich persönlich ärgert und traurig macht. Man arbeite daran, ihn wieder hinzubekommen, aber wie lange das noch dauert, darüber konnte Kovac keine Auskunft geben. Das kann von jetzt auf sofort gehen, aber das kann auch noch dauern, sagte der Kroate. Vor einem Monat haben wir von ein paar Tagen gesprochen. Daher jetzt eine Prognose abzugeben, macht keinen Sinn. Hier ist es sehr. Bis zum nächsten Mal. Du bist zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.